Kopfschütteln? Enttäuschung? Moin Florian, ich würde mit dem Personal gerne anfangen. Vielleicht kannst du sagen, mit Blick auf Samstag Fies bei Augustinsson, Johansson und auch dem ganzen Rest aussieht. Ja, hallo auch erstmal. Also, bei Ludde wird es nicht reichen. Wir werden Kopfschütteln? Enttäuschung? Nein, Lundes. Gerne den ganzen Namen. Ah, okay, okay. Nochmal neu. Bei Ludwig Augustinsson wird es nicht reichen. Bei Aaron Johansson werden wir heute das Training abwarten müssen. Er wird aber heute komplett mit der Mannschaft trainieren. Bei Max Kruse werden wir keinerlei Bedenken haben müssen, dass er gestern nicht trainiert hat. Heute war eine reine, nicht Vorsichtsmaßnahme ist auch falsch, sondern eine reine individuelle Steuerung. Also da besteht überhaupt kein Fragezeichen. Der ist komplett fit. Und alle anderen Spieler, die ich jetzt nicht bei Vor- und Zunahmen nennen kann, weil das sind zu viele, werden dabei sein. Hohe Chancen, wobei ich die Frage mit Auswärtsheim nicht mag, das weißt du. Aber ja, hohe Chancen, klar. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.